Das sind Steel and Maggie. Durch, durch, durch. Hallo, liebe Kinder. Ich habe hier was Lustiges zum Spielen. Oh nein. Hey, schaut euch mal meine großen Bauglötze an. Wow. Welche Farben könnt ihr sehen? Welche Farbe hat dieser Klotz? Genau. Er ist orange. Alle zusammen. Er ist orange. Er ist orange. Er ist orange. Und was ist mit diesem Klotz? Welche Farbe hat er? Genau. Es ist rot. Alle zusammen. Er ist rot. Er ist rot. Er ist rot. Oh. Und welche Farbe hat dieser? Genau. Er ist gelb. Hallo, gelb. Hey. Mit diesen großen Klötzen können wir einen ganz hohen Turm bauen. Na los. Ja. Bauen wir einen Turm. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Bau einen hohen Turm. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Hihi. Hallo, ich bin ein frecher, frecher, frecher Vogel. Entschuldigung. Ich möchte einen ganz hohen Turm bauen. Mit den Jungs und Mädels. Wir müssen noch mal von vorn anfangen. Hey, singt mit mir mit mir, wenn ihr könnt. Genau. Bauen wir einen Turm. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Bau einen hohen Turm. Wow. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Oh, und dieser Mann. Oh nein. Oh, Maggie. Du frecher, frecher Vogel. Oh, ich wollte dir helfen. Das war keine Hilfe. Und wenn ich deine Hilfe benötige, frage ich dich. Oh, jetzt müssen wir unseren hohen Turm schon wieder bauen. Na los. Los geht's. Bauen wir einen Turm, ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Bau einen hohen Turm. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh yeah. Ok, der Letzte. Oh nein. Oh. Ich kann den letzten Klotz nicht auf meinen Turm setzen. Ich brauche Maggies Hilfe. Maggie, kannst du mir bitte helfen? Bitte, Maggie. Okay, ich komme. Also, los geht's. Maggie, was machst du da? Ich helfe dir, den letzten Klotz auf deinen hohen Turm zu setzen. Bereit? Maggie, ich weiß nicht so recht. Das ist echt mal ein hoher Turm. Oder, Jungs und Mädels? Maggie ist ein frecher, frecher und fieser Vogel. Maggie, das war sehr, sehr frech. Entschuldigung. Oh, ich werde nie wieder einen Turm mit allen meinen Klötzen bauen. Doch, das wirst du. Ich helfe dir. Also, los, bauen wir einen hohen Turm. Also gut, probieren wir es und bauen einen hohen Turm. Ja! Bauen wir einen Turm. Ein ganz hoher Turm. Bau ein hoher Turm. Oh, yeah! Wow! Wir sind mit unserem hohen Turm fertig. Wie viele Klötze sind da? Zählen wir sie. Maggie, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Genau! Hm, was könnte ich jetzt machen? Hoho, ich habe eine Idee. Wir hauen ihn um. Soll ich ihn jetzt umhauen? Ja? Okay. Ich mache es. In drei, zwei, eins. Achtung, Maggie! Hohohohoho! Entschuldigung, Maggie. Ja, aber das war ja mal ein Spaß mit den großen Bauklötzen zu spielen. Wow! Hattet ihr auch Spaß? Bis bald, Jungs und Mädels. Tschüss! Tschüss! Hihi! Untertitelung des ZDF für funk, 2017